Und schon wieder Gegner. Alter! Hat er mich doch noch gericht. So. Da ist noch einer. Komm her. So was hätten sie auch Resident Evil machen können. Mit Ausweich und alles. Das wäre ja auch schon cool. So. Halten wir uns. Das ist schon wieder so ein Typ. Der Name auf der Visikanen lautet Koga. Ha. Was hat das zu bedeuten? So. Nächster Raum. Einfach mal reingehen. Hallo? Aha. Da ist jemand. Wer ist da? Oh. Ein Mensch. Was ist denn mit dir? Das Herz. Medikament. Das Medikament ist in der Krankenstation der Zentrale. Bist du verletzt? Aha. Wer bist du? Danke. Du hast mir das Leben gerettet. Du hast mir das Leben gerettet. Bist du verletzt? Alles in Ordnung? Diese Wunden sind nichts Ernstes. Hä? Mein Arm tut allerdings etwas weh. Leicht nähe? Hä? Arbeitest du hier? Ja. Ich bin Rachel Rubin. Offiziell bin ich die Assistentin des Chefs Wissenschaftsglas. Dann kennst du dich mit AP aus. Ja. Es gehört zwar nicht zu meinem Job, aber ich weiß worum es geht. Aber zu AP-Synthenisierung brauchen wir einen Teil der Kernlebensform. Mhm. Lebensform? Das Ding, was da drüben herumkriecht? Nein. Das von unten, das in einer sterilen Umgebung kultiviert wird. Oh, ich muss runter. Aber nur der Chef darf sich unter dieser Ebene aufhalten. Ich weiß nicht, wie das deaktiviert wird. Ich verstehe. Ich habe aber eine Karte, die bis zur Ebene 3 gültig ist. Ja, die können uns bestimmt helfen. Hier, das bringt dich ein ganzes Stück weiter. Oh ja. Danke. Jetzt muss ich herausfinden, wie ich noch tiefer komme. Ja. Okay. Oh. Kleinen Schnitt. Gut. Machen wir weiter. Ja. Wenn wir jetzt die Karte bekommen. Oh, ich sehe da hinten Munition. Sehr schön. Pff. Zack, erst mal. Munition einsacken. Nachladen. Machen wir Datenlisten. Ich muss mal googeln, was die bewirken. Oder wofür ich die brauche. So. Warte mal. Das müsste eigentlich jetzt der Speicherturnable sein, ne? Genau. Ja. So, einmal speichern. Ja, überschreiben. Okay. 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 So, willst du irgendwie neue Mails? Oh, Rachel. Okay. Oh, Rachel. Okay. 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 Ich denke mal, da brauchen wir wieder ein Passwort oder sowas, ne? Hä? Nee, geradeaus. Okay. Nee, geradeaus. Ich verstehe. Ach, ja. So. Hier komme ich jetzt rein. Und hier sind natürlich Monster. Komm her. Kommt her. Kommt her. Ah. Warum? So. Ich trete euch alle kaputt. Da liegt schon wieder so einer. Code-Karte erworben. Was? Da steht. Der Name auf der Visitenkanne lautet Lukas. Warte mal. Code-Karte-Diagramm mit Abmessung. Gebrauch? Naja. Warte mal. Lukas hier ist... Ah! Okay. Mhm. Nein. 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 Irgendwie... Hm. Wie kann ich das denn löschen? So. So. Okay. Warte mal. Uh. Krr. Da passt alles nichts. Okay, dann lassen wir... Mhm. Nein. Das war was anderes. Okay. Ja. Meine Güte. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Na. Ich hab keine Ahnung. So. Was haben wir denn hier? Log. Äh. Ja. Äh. Und Code haben... Ja. Falsches Passwort. Ach. Das Passwort. Ich glaub ich hab's verstanden. Passcode. Lukas. Ah. Hier. Wir haben den... Ebenen 4 Passcode erneuert. Da Mr. Smith... zur... Forschungsleitung gekommen ist. Meyers. Ah. Smith. Meyers. Ich glaub das sind die... Mitarbeiter. Lukas. Hier ist Lukas mit K geschrieben auf einmal. Aber... Irgendwie komm ich kann ich hier nicht runterscrollen. DSF. Aha. DSF. Hier. Wie es aussieht gibt's hier Sportsender. Manche Parasiteninformationen vertragen Schläge gut. Es gibt Unterschiede bei Schlag- und Feuerverträglichkeit etc. Was mich persönlich etwas beunruhigt. Es ist wirklich zum fürchten. Jim. Die AP-Mischsystemherstellung läuft. Doch das ist verrückt. Das Mischen hat 3 Stunden gedauert. Laut Tom geht es sogar schneller mit geschlossenen Augen. Bitte schnell vollautomatisieren. Aha. Ziehen. Das ist... Das ist... Äh... Es ist... Mein Gott. Das ist wirklich unglaublich. Eventuell können wir sogar die Originalform wiederherstellen. Wenn das Kopulationsexperiment mit dem Klon gut läuft. Kann es vielleicht sogar sprechen. Was machen die hier? Ich glaube das passt... Den Passcode kriege ich durch ähm... Durch die Dinger hier. Das heißt ich muss jetzt noch mehr Männer finden. mit den Namen schildern. Mit den Namen schildern. Ist die Frage jetzt nur... Wo könnten die drum langern? Jetzt muss ich mir nur merken... Wo ich war... Und wo ich hin muss. So. Hier haben wir Wege. Da hinten haben wir noch was. Ich geh jetzt erstmal... Hier lang und alles. Hier rein. Ok. Hier sind Experimente. Ich kann es auch nicht anquatschen. Aber ich konnte ihn treffen. Ok. Schießen bringt auch nichts. Aufmachen will ich das eigentlich auch nicht. Aber ein Getränk ist hier. Keine Ahnung wer das hier hingestellt hat. Du kannst das Terminal nicht nutzen. Ok. Hier ist nichts sonst. Nichts interessantes. Hier liegt auch keiner rum. Also können wir weitergehen. So. Was ist hier los? 18 bis 24 Uhr. Ne. Da kann ich nicht rein. Ok. Hier sind ein paar Parasiten ausgebrochen. Hallo. Kaputt machen. Kaputt treten. Was? Wie viel ziehen die denn ab? Bitte? Was? Oh. Komm schon. So. Jetzt aber. Ah. Api Medikament 2 erworben. Sehr schön. Ah. Hier liegt einer rum. Ähm. Da ist Smith. Ok. Da haben wir schon mal Smith. So. Das heißt. Können wir irgendwie. Irgendwie was schon mal schaffen. Smith. Dritter Buchstabe ist ein I. Hier ist. Ok. Das passt nicht. Ähm. 1. 2. 3. Der vierte Buchstabe ist ein H. Oder der zweite Buchstabe ist ein M. Und T. Das. T passt dahin. So. Hist passt dahin. Dann würde ich sagen Luca dahin. Aber Kröger. Das passt hier nicht. Das passt hier auch nicht. Dann heißt das erstmal alles wieder rausnehmen. Gut. Das passt alles nicht. Wir brauchen dann wohl mehr Namen. Hier komme ich nicht rein. Ich habe keine Ahnung wie ich da reinkomme. Ich kann das Turnwheel nicht nutzen. Schade. Ähm. Jetzt kommen wir da hinten lang. Kuck. Gegner? Ja. Alter. Der hat eine Reichweite. So. Komm mal her. Guck mal. Guck mal. Hier kriegst du mal ein Elektrofeld zu spüren. So. Okay. Hier haben wir nur einen Gang. Aber abgeschlossen. der schlüssel zu kulturen raum ist erforderlich den habe ich aber nicht da steht hier ein datendist ok das ist also keiner der keine namensschild hat aber der hat einen datendist ich muss mal googeln was was das bringen soll zum speichern ist nix so das heißt wir können zurückgehen weil hier noch räume sind da muss ich mal schauen ob wir da weiter kommen irgendwo müssen ja noch solche leichten rumliegen im blauen oder grünen kittel gehen wir erstmal hier runter das sieht mir danach aus dass das level 4 das heißt da kommen wir nicht weiter heißt einmal wechseln den hatten wir schon das war kroger aber hier komme ich weiter da ist auch zu das ist von innen abgeschlossen okay hier nun wird schon wieder so einer rum stöte dich und weiter geht's ach hier ist doch das giftgas gas erworben liegt hier einer rum oh oh ich sterbe gleich ich sterbe gleich ja oh 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 komm einmal kurz hier stirbt ach da hinten liegt einer der ist ja versteckt das ist ja echt fies würzen würzen und raus hier das ist nämlich giftgas